Hallo, jetzt bin ich da runtergefahren. So weit war ich gestern. Aber Mann, ist das scheiße kalt. Und, äh, Hammer ist also schneller ohne wie Opa, also. Schon ulkig. Guck ich mal, ob ich, ah, da vorne hab ich nicht. Da kann ich mal SMS schreiben. Ah ja. Schon ulkig, da. Ja, das nächste Mal fahren wir bis ganz so hoch. Uuuuh. Ah, schön. Da hinten ist die Adesh. Wie lange dauert das noch, acht Wochen oder so, sind wir wieder da. Oh, 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 kalt. Ja, zwei Wochen. Da hinten ist ja das-